Im Reiseflug geben wir eine grössere Steigung, damit wir schneller fliegen können. Wenn das funktioniert, werden wir weiter beschleunigen mit der Triebwerkeleistung auf 2300 Umdrehungen. Das ist nicht ganz starke Leistung. Dort machen wir einen sogenannten Magnet-Check. Jeden Zylinder hat zwei Kerzen und dementsprechend auch zwei verschiedene Ansteuerungen für die Kerze. Das ist auch eine Vorschrift, dass wenn eine Kerze ausfallen würde, dass selbstverständlich der Motor genau gleich weiterlaufen würde. Wenn man den Einkreis abschaltet, gibt es ganz einen direkten Tourenabfall. Und dann müssen wir kontrollieren, dass wir sehen, dass beide systemfunktionstüchtig sind. Das ist auch eine Tolle Überstattung. Das ist wirklich gut. Das ist ein paar Anträge. Aber sonst muss man die Tür haltet. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind jetzt sehr schön auf dem Pass oben, die beiden markanten Seen, das ist der Lago Bianco, das ist der erste See in Richtung Süden und der Lago Nero, der ganz dunkle, das ist der See mit dem Abfluss in Richtung Eganin. Lago Bianco und rechts noch ein Teil vom Lago Bianco und Lago Nero. Wir sind in Richtung Rosettal und ganz oben jetzt in Unterschütze auf der linken Seite, die Bianco Grote, das ist der Aufstieg zum Berliner. Der Berliner Pass ist eigentlich der höchste Berg hier in dieser Gegend. Das sieht man sehr schön. Bernina mit der Bianco Grote, das ist der ganze markante Grote und hinten dran die drei ganz weissen Assistenpalleus. So, die wenigen Augen blicken dann auf der linken Seite, die Seil fahren Richtung Corvatsch. Wir wollen hier noch ein bisschen aus holen gehen und fangen mit dem Anflug in Richtung Sabanen. So, ich darf dich jetzt hier im Winter sich wieder anzuschneiden. Wir fangen unseren Anflug an. Und, dass wir für uns jetzt die Anflug in Richtung Sabanen präparieren können. Dann werden wir jetzt auch bereits die Leistungen reduzieren und dann werden wir uns bereit machen für den Anflug in Richtung Sabanen. Wie geht es jetzt? Anfänger? Ach, das ist immer wieder. Das ist immer wieder, ich bin ganz sehr kalt. Was ist das für mich? Rundfunk So meine Damen und Herren, Sie haben alles am Fenster ausgeliefert, wo ich mit Benico mitleine. Ich hoffe, Sie haben den Flug genossen. Wenn Sie das Flugzeug halten und es fast passiert, dann können wir aufstehen und die Mäntel hineinempfangen. Dann warten wir alle aufeinander und gehen miteinander zum Ausdruck. Danke. Danke. Vielen Dank.